Hallo liebe Community, wir nehmen einfach mal wieder ein schönes Match auf. Ganz frisch dabei ist KushalaEko, der ist auch jetzt neu bei uns im Clan hier. Ähm, Linkwispy, vielleicht für Leute, die noch Ice Knight kennen, das ist der kleine Bruder von dem. Natürlich unser ForceFully hier, ne? Ohne Ding gehen wir ja nicht mehr aus der Haustür. Und herzlich willkommen auch Raat, nur der ist nicht bei uns im Clan und auch nicht bei uns im Sky. Ja, wir nehmen einfach mal wieder eins auf, mal gucken wie es wird. Das darf ich auch gerne vorstellen. Ja, ha ha ha, ha ha ha. Ja, ha ha ha. 10 out of 10. Genau. Na, ähm, ja, wir drehen hier gleich erstmal an den Orange-Rand. Das ist natürlich was für, äh, unseren Kronos. Ja, 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 der Kronos muss man seine Aufwärtekabel in seine Maus stecken. Ja, wenn wir das alles gleich am Anfang geklärt haben. Obwohl, nein, 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 vergiss, was ich gesagt habe, Mercury ist natürlich noch besser, der Kronos. Ah, ich hab ihn schon. Ja, ja, ist egal. Oh, ich bin nicht mit dem, also, Scheiß drauf. Sehe ich das richtig? Wir sind sehr physical-lastig? Na, okay, gar nicht. Irgendwie ja nicht, ne? Wir haben einen physical. Ne, zwei. Stimmt gar nicht. Alles okay hier. Oh, man hat jetzt hier geile, geile Sachen. Und Sachen und so. Oh, aber die Gone-Target-Effects für Paws sehen gut aus. Ja. So sind die alle hier. Pokey Poke. Oder auch Killy-Killy. Tschüss Cupid. Ja, Cupid ist jetzt nicht der beste Western-Aufwand. Zum Randziehen. Cupid ist Premium. Mal los, immer noch mein Maus-Black-Charakter. Ne, ich mein immer Randziehen. Ach so. Unser Rahr bleibt auch schön in seinem Heilfeld. Sehr schön. Ist ja ganz toll, ne? Hier, ich hab den, ich hab den. Au. Au. Okay. David. Kennt sich schon ausreichend. Howdy. Ja, okay. Seine Ult ist schon mal down. Ja, gut gemacht. Nice Knight. Misch in Luft-Ul. Bitte helfen wir unserem Radar-Kräften. Ja, ja, ich bin dabei. 10 Sekunden. Es tut mir leid. Gut gemacht, kleiner Bruder von Ice Knight. Bam! Es ist halt so. Man muss halt sagen, es gibt wenige Charaktere, die sich gegenseitig so stark stalken, als wenn man zwei Lokis einem Match hat. Ist so, ist so. Die machen sich gegenseitig... Die machen sich gegenseitig... Versucht der jetzt hier, David's Deutsch zu kopieren, oder was macht der? Okay. Das kann doch nur David. Da wird sexlos. Ja, das... No homo. Ja, alles cool. Ne, aber es ist halt... Es ist in der Tat so, Loki gegen Loki, es macht... Es macht irre Spaß. Es macht irre Spaß. Also, weil das ist wirklich ein Nervenspunkt. Ja, das ist der Scheiße, wenn der Gegner schon Loki gewinnt. Ja, das ist der Scheiße, wenn der Gegner schon gewinnt. Au krank! Au krank! Kein Mana. Ähm, wer wurde hier gerade wegges... Der Loki hat sich... ...hat sich unseren Ragon schnappt. Der Loki hat sich... ...hat sich unseren Ragon schnappt. Der Loki hat sich unseren Ragon schnappt. Gut gemacht, Ice Knight. Du hast gerade als Melee... ...nicht Ice Knight... ...Boodle of an Ice Knight. Du hast gerade als Melee... ...an der Base Attack gefehlt. Alles wird gut, alles wird gut. Gucken wir mal, was hier noch bei rauskommt. Alles wird gut, alles wird gut. Ähm, ja, äh... ...jetzt mal eben unseren Positivismus hier. Was? Ein... Hör mal auf, was dein... ...von bisschen frei ist. Das irgendwie... ...wahrscheinlich voll nicht komisch ist. Ja, nee, das ist halt... ...äh... ...das... 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 ...geil! Ja! Das... Ich hab ihn hier! Ich hab ihn! Ich muss gerade zurückfahren, tut mir leid. Und das sagt mal dem Bruder. Der heißt ab Verboter. Dude. Du bist du. 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 Lalalalalala. 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 TG ist ja jetzt nicht so hardcore bei denen da drüben. Ja, das ist was wir zu tun. Noch mal. Oder... Äh... ...angibt's eine gegnerische Loki. Oh mein Gott. Gegnerische Loki oder Kron... ...oder Backersucherfokusten. Seck für T-Live. So... ...bruder macht mal wieder hier. Keine Ahnung was. Ich hab... Ich hab die gegen eine Stücke hier. Achtung Sache. Oh mein Gott. Please die. Oh 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 oh. Minions. Ich bin aber geslowt. Nein! Ich kriege ich. Dann kriege ich. Ich hab ihn. Oh eins. Mach eins. Ey Leute, helft mir mal. Ich hab drei Leute noch mal. Ich hätte gerade... ...ich helft mir. Kriegen wir. ...wenn ich teleporten kann. Kriegen wir auch. Wenn ich teleporten kann. Okay. Komm ich ran. Peace with me. Ja wir leben ja. Wir befinden sich von vorne. Recht. Echt? Oh Gott. Oh Gott. I'm back. Oh. Dead lucky build. Welcher? Alles. Unser. Oh mein Gott. What? Die chair ist ja okay. Aber... Okay. No damage still in an early game for the win. Und so. Ja ja. Vielleicht so ein bisschen ins Lock. Wunder. So. Ich hab den A hoch. Hör mich auch. Hör mich auch. Ja ich auch. Ja gut. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Du bist leider gerade... Du bist. Nö. Es tut mir sehr leid. Da ist meine... Nein. 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 Never. Face me. Tschüss. Nein. Es tut mir sehr leid. Ich hätte noch acten können, aber... Sure. Look, ihr Bede kannst auch nichts gegen tun. Ja das echt gut. Ich bin unterwegs. Basic attack theory. Oh mein Speed. Ja ich brauch mal kurz die minions. Mit. Ich hab den Teil zu gerammelt. Schön. Ich lebe ihn noch. Alles noch im grünen Bereich hier. alles im glück ist kronos nicht op fuß fußt ja es ist keine freie müssen gemein sein heute schon mal ein bulwur was wir davon ist ich glaube da er ist aber ich bin jetzt ja mal eben der übrigen auch hier sehr viel mühe gibt warum wenn du das hier warum hat er diese komische maatom das ist so schlecht ja ich will nicht ich war ja ich war ja oder nee hier hat hat ich will jetzt nicht den autobus 42 ja ja Ja, ja! Chase! 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 Es tut mir sehr leid! Chase! 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 What? Chase! Na komm, wir haben das wirklich weiter. Oh, Tripple! Nice! Ja, ich hole mir mal eben ganz kurz. Ja, ich geh da jetzt rein. Ich folge dir sofort. Ich folge dir sofort. Ich folge dir sofort. Es ist ein richtig sauberes Game gerade. Wir kommen hier sehr gut voran. Ich hab ein paar auf Arschkleben. Ja, ja, hab ich. Ich hab die alle. Ja, vordergrund ist es dran. Ein paar meine ich eigentlich fast alle. Oh, danke für Heilung, Ra. Wenn du das hier sehen sollst. Ist nicht geil, so. Glaubst du? Ja, schöner Doppelfill. Ich versuche A zu. Hab auf! Ich hätte mich selber über den Kill gefreint. Es war egal, völlig egal. Ah, sorry. Nein, ich bin sowieso nur der Tank hier. Nur ist schon mal die falsche... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Unser Ra ist übrigens auch richtig cool. Der heilt wenigstens. Ich hab vier gestunnt! Jawohl! Ich war der hier gelb. Was für ein Ding! Ja, ich hab's gesehen. Kissed a Tank! Nein! Die Polizei kommt okay. 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 Ja, okay. Da hat er verfugt nicht gemacht. Hier, da ist was schickes. Schaffst du's? Da hast Loki direkt am Arsch kleben. Ja, komm. Dreh dich rum, jetzt! Jetzt dreh dich rum, dreh dich rum, dreh dich rum! Dreh dich rum, dreh dich rum! Warum sollte er jetzt nicht das so? Wir haben ihn klemmt. Das ist richtig. Die haben echt alles versucht, um mich zu kriegen an dieser Stelle. Oh nein, der gegnerische Loki kommt davon. Das neue Versalte ist so geil. Das brauche ich als größer, wenn wir eine 2 anhaben, um die ganze Elf von Autotech zu spammen. Ja, das tut mir sehr leid, lieber Aokwang, aber ich weiß, das war jetzt die CC-Hölle. Ja komm, rett mich! Ach so, das ist nicht sicher. Ich hol mir Bacca. Hab Bacca. Aua, das hat mich sehr stark getroffen gerade. Wow, wow, das Laser, der Laser. Das Laser, David? Das Laser. Das Laser geschossen. Firing, das Laser. Wow, echt rasch. Loki, ich hab dich gerade gestanden, als du unsicht verpasst. Wie wär's, wenn du mal bitte nach Hause und nach dem Pustal gehst? Ich hab Kill, ja, Mami! Die Kamera! Ah, genau! Ah, da bin ich weg. Ein Fehler. Fast schon. I'm returning to base! I'm returning to base! Jawohl! Ich liebe das Autotech einfach. Das ist super, ich bin jetzt auch nicht total. Um... Tchung, 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 tchung. Ich komm halt an... Und damit mein ich natürlich tchung. Um... Vorsichtig? Ja, ja. Kannst du auch. Das? Nicht. Tornedosrennen. Da hab ich ne Herz in dem am Kopf. Schön erkennen. Ich helf mal unserem... Ja, da kann ich nichts mehr tun. Schreck. Ja, da kann ich gar nichts mehr tun. Doch, kein Ding. Unsere Minions gehen höchstwahrscheinlich durch. Ja, seh ich genauso. Unterwegs. Und ist ab. Nee, AO ist da sehr defensiv zur Anlage. Der hält die hier gerade weg. Ich geh mal ganz kurz B für Dem of Isolation. Können wir? Nein. Ich bin hier vorne. Ich bleib hier auch still. Mir gehts hier gut. Oh, oder irgendwas... Ja, Sprint! Komm hierher, da sind wir. Nicht schnell oder so. Ich muss mich leider zurückziehen. Ich werde von Kronos verfolgt. Falls ihr könnt, helft rar. Es tut mir so leid. Ja... Ich hab's versucht. Das... wird PSO. Sorry. Hat er weg. Eins, zwei, drei... Nein! Nein! Dead Damage! Was hat der denn hier drin? Ah, Gwyneth. Okay. Exakt hat einiges. Ich geh ran. Es gab keiner da. Aber wenn er könnte... Jawoll! Was macht der denn? Falls der Herr könnt, bitte komm mal her. Echt, seit Skullotten mit drei Elegolaptops 6? Was ist da los? Ich denke... Ich denke... Ja, eigentlich ist das natürlich jetzt nicht so wichtig, als Tank hier unbedingt zu überleben. Aber ich spiele halt... doch recht gerne auf... So was... Das ist so schön medisch. Alles gut. Die nutzen doch echt alles grad für den Tank nur, ne? Ja. Ja, ich bin doch nicht gestorben. Das ist für viele Leute halt eine Herausforderung, mich zu töten. Ähm... Was im Grunde auch gut. Das kann man natürlich wieder gegen die verwenden. Aber ich bin auch gerade auf Full Tank. Da ist nicht viel mit Damage passiert. Aber braucht wir auch gar nicht. Auii. Nope. Ich gucke nach Loki. Ich halte die Augen nach Loki auf. Oder wir machen es einfach so, genau. Geht auf, ne? Ist auch okay, oder? Ich bin gerade recht zu lang gestunt. Ich bin da und weg. Ja, ich bin wieder da. Ja. Ja, okay. Das war... Ach du Kackiers. Warum verfolgen mich auf einmal alle? Ja, auf einmal. Alles gut, alles gut. Ne, nix gut. Du kannst retweeten. Ich hab die alle. Die den Schwinglosen-Huminions in den Hauen. Bye. Ich habe ihn angeschrieben, da muss ich jetzt tollfühlen. Ja, äh... was denn? Ja, er muss demnächst essen, wenn er geschrieben wird. Ja, kein Problem. Ist ja auch gleich vorbei, das Match, würde ich sagen. Da nimmt sich nicht mehr viel. Oh, schade. Mein Feld. Egal noch, okay. Ich hab Loki. Ich werde gerade genommen und ich mag's nicht. Ich fand Chaos. Er lernt schon gut, würde ich sagen. Bleib auf uns drauf, bleib hier drauf, bleib drauf, bleib drauf. Loki, jetzt. Ich hab jetzt meinen Kopf. Ich hab ihn. Bum, 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 bum. Alles für schnell. Okay. Warum kippen? Schöner macht er. Ja. Ich werde verfolgt, bitte nach Kräften. Oh, verdammt. Oh, oh. twitch. Newp. Neun! Hier weiß ich gleich vorbei, das geht. Kommt, Tony, kippen uns in das Ende. No Gruppe! Ich habe aus! Ich habe aus! Ja, liebe Community wieder, vielen Dank fürs Zuschauen! Kann ja auch so zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Ciao! Tschüüüüüüüüüü!